Mischgemüse, Mischgemüse Die EU hat den Nobelpreis für Frieden bekommen, das finde ich gut. Das hat die EU verdient, da sie seit Jahren, seit Jahrzehnten Demokratie und Waffen in alle Welt exportiert. Außerdem bin ich ein großer Fan der Energiesparlampe, ich bin ein Fanboy. Metamütze ist ein Fanboy der Energiesparlampe, die besser aussieht und schöneres Licht macht. Zurück kommen auch seit Jahren aus Dankbarkeit Bananen und Kaffee, die Jimmy mit seinen kleinen Kinderhänden in 10 Gramm Tütchen verpackt und losschickt. Eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Nicht unterschlagen sollte man auch Janukowitsch, den König der Ukraine, der den Preis für Chemie-Nobel, den Nobelpreis für Chemie, für seine Lebenswelt bekommen hat, nämlich für seine chemieverätzte Scheiß-Visage. Eine Mischung aus Great Barrier Reef, ohne die Clownsfische, ohne die Clownsfische, und Ruhrgebiet, aber das Ruhrgebiet ohne Düsseldorf, weil sonst wäre es so hässlich. So ein hässliches Gesicht möchte kein Mensch haben. Und mit so einem hässlichen Gesicht gewinnt man auch keine Preise. Wir können uns gleich eine Aufforderung raussenden. Schreibt mir gerne eure Gefühle, wie es in euch drinnen aussieht nach dieser Jubel-Nachricht. Es interessiert mich nicht ein bisschen.